Die malerische Region rund um Steier und den Nationalpark Kalkalpen. Hier präsentiert die Natur ihre unberührte Schönheit und entfacht die Abenteuerlust in den Herzen der Menschen. Jeder, der da am Säuert Hacklnberg hingegesen hat, weiß, jeder Mann muss ein Fluss gebaut, einen Sonnengezeugten, einen Baum gepflanzt haben. Der Fluss führt in die Stadt Steier mit ihrem mittelalterlichen Charme, ihren Märkten und ihrer lebendigen Atmosphäre. Eine gute Säuert muss klingen wie eine Kuhglocke. Die Menschen in dieser Region leben im Einklang mit der Natur und wissen, wie schön sie es hier haben. Ja, es ist ein ganz ursprüngliches, entschleunigtes Leben. Die Region ist auch bekannt für ihr reiches Brauchtum und ihre Traditionen. Applaus 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 Vielen Dank.